Du bist anscheinend jetzt der Room Master. Bin ich? Hä? Sieht wohl so aus. Ja, man kann hier anscheinend nur... So 100 Kills eingestellt, Alter. Betreibt man nicht. Wie lange wir jetzt einfach hier gezockt hätten. Ich würd sagen, wir gehen hier in S2 Towers. Hab ich Bock drauf. Ja, kannst du machen. Ich bin wieder schwatt, ne? Oh! Nee, the Room is set to Sniper. Nee, 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 nee. Warum to Sniper? General. Oder... Ja, General. Types. General. Aber das sind so hohe Sachen, ja. Aber okay. Aber stellt sich wieder zurück auf... Okay, bei 40 Kills, 20 Minuten, das find ich gut. Alles klar, ich bin ready. Ja, Sekunde stellt hier wieder alles zurück. Ich bin ready für die 40 Kills. Ne? Mein lieber Philipp. Sag mal, wo siehst du eigentlich in der Übersicht? Ah, da steht's. 20 Kills, 40, General. Start. Du bist nicht ready. Ach so. Da hatte ich aber eigentlich niemanden mitgekriegt. Ach so, das war, weil du die Settings verändert hast, glaub ich. Ja. Ja, ist klar, Dennis. Ist klar. Natürlich, Junge. Erzähl dich mal, wenn ich was Affäre hier. Ah! Alter, ich kann nicht springen. Ich hab's auf Leertaste gelegt. Dann geh mal in Settings jetzt rein. Ja, mach ich jetzt auf den Escape Settings. Dann chill dich hier mal kurz. Weißt du? Weißt du? Wenn du mich hier sehen könntest, würdest du sehen, wie ich meine Augen nach unten ziehe und sage, ich chill jetzt hier kurz. In Wahrheit erkunde ich jetzt hier die Map, alter. Weil ich so ein fairer Spieler bin. Ist riesig, alter. Junge. Voll die riesen Map. Okay, wir können weiter. Scheint hier ne Sniper Map eigentlich zu sein. Oh. Ich treffe dich einfach gar nicht, Junge. Ich seh dich aber auch nicht. Jetzt hab ich schon einiges an Live abgezogen bekommen. Ist natürlich hässlich, ne? Diese Map ist scheiße. Für eins gegen eins. Ja, ist einfach viel zu groß. Probierst du bitte? Ich hab dich wieder nicht gesehen. Diese Map ist echt kacke. Ja, lass uns rausgehen. Ja, ist so. Das hat schon seinen Sinn, dass das ne Sniper Map ist. Und schon wieder gewonnen, alter. Ach, halt deine Frisung. Ach komm, soll man sich einfach irgendein Game joinen? Ja, können wir auch machen. Müssen wir mal zusammen joinen, ne? Äh, ja. Das ist die Frage. Quick join kann ich ja machen, aber wir gehen einfach auf. Ich stell jetzt nen Clan und kommst da mit rein. Clan name. Wie nennen wir uns? Homo. Ne, Hoden. Hoden. Mit H-O-W-D-E-N. Hoden. Check. You can select a Clan name. Ja, hab ich doch. Create Clan. You are not. You are not. Qualified to create a Clan. Request Sergeant about an... Tschüss, ich brauch 30.000 Gold um einen Clan selbst zu erzeugen. Was für ein Schwachsinn. Hast du noch 30.000? Ne, ne? Ne, ich glaub noch 13. Ja, ein Scheiß drauf. Dann lass uns einfach mal hier irgendwo joinen. Ähm. Voller Schwachsinn, dass du für Clan erzeugen Geld bezahlen musst. Junge, was denn das? Wie kann ich denn jetzt hier irgendwo beitreten? Weiß ich nicht. International Channel, da sind nur zwei Server online. Ja, es kann auch noch sein. Ja, anscheinend schon. Hast du hier auch in der Übersicht diesen Edu Raum? Mhm. Und der andere ist Evento, ne? Wir sind beide voll, oder nicht? Ne, in dem einen, in Edu sind 14 von 16. Geh da schnell rein. Ja, warte mal kurz. Dann sind wir sogar in einem Team. Ja, es ist da jemand anders dran. Zu spät. Da musst du reagieren, Alter. Ich war grad mein, 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 mein hier, mein Dings zu machen. Das kannst du auch während du in der Lobby drin bist. So. Ja. Ja, es ist scheiße. Jetzt geh ich noch mal kurz raus. Wo soll ich in der Lobby so lange warten bist? Ja, ich weiß nicht. Es kann nicht sein, dass hier nur so wenige Leute da sind. Ja, keine Ahnung. Ja, lass doch mal einfach schnell einen eins gegen eins machen. Na gut. Create Room. Ach so, du machst schon. Private. Team Deathmatch, jawoll. Welche Map? Das ist doch geil aus. Eins gegen eins. General. Confirm. Bist du drin? Ja. Muss ich noch für Ready erklären und dann. Ne. Okay, 100 Kills ist wieder ein bisschen übertrieben. 40 Kills oder 20 Minuten. Junge, dass ihr das nicht übernimmt hier. Der fuckt mich unnormal ab. Muss ich jedes Mal zurückstellen. Was machst du denn du? Nix. Warte mal. Ich hab mir geradeaus geguckt. Inventory. Kann ich nicht ein anderes Visier? Ah, jetzt hab ich die Waffe. Okay. Jetzt hab ich meine Waffe wieder. Okay. Back. Back. Ah. Scheiße. Ich muss jetzt bei dir rein. Äh, jetzt bist du wieder. Aber ist ja egal. Ist alles eingestellt. Ja, ja. Mal wieder von Start. Alles klar. Ja. Ja, die Map kann man auf jeden Fall eins gegen eins super gut zocken. Die hab ich eben auch im Let's Play gesehen. Ja. Hast du schon Let's Play davon reingezogen? Ne, äh, vorn, also auf dem, äh, also ich hab das nicht als Let's Play gesehen, sondern ich hab diese, ähm, ja, wenn du so ein Video nicht da drauf klickst, sondern einfach das siehst, dann sind da immer so. Achso, die Vorschau einfach, ja. Vor die Türen hier am Start, alter. Richtig krass. Boah, Junge, das ist so ne richtige Map zum verlaufen, alter. Aber soll ich ja sagen, ich will mich nicht verlaufen, ich will dich einfach nur tot sehen. Du bist doch quasi schon tot, Peter. Hehe, Wallabille. Alter, fuck you. Voller Nebengeschossener. Fuck, alter. Junge. Ist doch scheiße. Hä? Tschüss, 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 tschüss. Fuck. Ich dachte, ich kann ihn noch entwischen. Nie im Leben, Peter. Ach, Wallabille. Ich kann ja auch, ich kann ja extra meine Taschenlampe anmachen, weil siehst du mich dann besser. Kleine Taschenlampe brennt, ja sie brennt die ganze Nacht. Was ist denn für ein Bug hier, wieso kann ich mich hier nicht bewegen? Oh, Sackgasse, alter. Ich kann ja nicht durchschließen, alter. Hä, wieso hab ich jetzt? Doch, du hast mich getroffen. Da durch. Ja? Ich hab kein Blut angezeigt bekommen. Ich dachte erst, es wär Dampf gewesen, weil du so ein weißes T-Shirt an hast. Ja, cool bin ich. Ja, krass, da schießt jemand auch ein bisschen. Ja, dich kann man voll gut sehen, wegen dem blauen. Das ist schon mal ein Vorteil. Stehst du jetzt auf Katakomben, oder was? Ich hab dich gesehen, aber du bist, wo warst du? Ach, du Wichser. Ich hab dich eben noch laufen gesehen und dann dachte ich mir, komm. Ich spring's mal hinterher, guck's mal, wo der hinläuft. Und dann bin ich tot, alter. Ach, krass, da spawnst du. Die Behindert. Da hab ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Kann ich nicht mehr vollziehen. Ja. ich kann meine granaten werfen überhaupt mausrad rollen und dann willst du die anderen waffen aus mausrad rollen ja dann ist das leben es ist einfach wieder ultraspannend boah jungen hast mich erschreckt alter das habe ich voll den ersten pack bekommen ich habe es einfach gar nicht gesehen tja mann krass tschüch wie ich ihn reingeholzt habe hast du was abgetrunken bekommen ich habe dann auch relativ wenig hp fahrs durch die kiste halten wir sind war schon längst weg alter tut doch mal nein junge was für eine scheiße ich musste nachladen willst du mich verarschen boah junge war das knapp alter war sowas von ultra krass so 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 krass hast du dich auch erschreckt Nee, ich hab eigentlich nicht erwartet, dass du irgendwo... Ach, von da kamst du, ja, okay. Okay, nee, damit hab ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Oh. Was ist passiert? Vorbei? Nö, ich bin noch da. Sind eigentlich noch 12 Minuten. Ich bin rausgeflogen. Kannst du noch joinen? Ja, ja, ich kann joinen, aber ich bin grad einfach rausgeflogen, Alter. Ja, ich mach ja nix. Die Kills, deine Kills bleiben ja noch bestehen. Megaseltsam. Ach, das war ein Headshot, ja, okay. Seit grad ist los. Ah, jetzt ist vorbei. Ja, ich hab trotzdem gewonnen. Nicht zu kraspen. Ah, scheiße. Noch eins. Keine Chance, würde ich sagen. Ja, komm, Alter. Eins auf jeden Fall noch. Aber du bist wieder Rumor. Ach, ich such jetzt mal ne andere Hauptklinik. Das hört sich doch gut an, oder? Ja, machst du wieder auf 40 Kills und 20 Minuten? Obwohl, eigentlich ist es egal. Eigentlich ist es ja Latte, ne? Aber... Warum macht ihr das nicht? Ja, sieht interessant aus. Wenn ich mal... Wenn ich mal... Ist das ne Klinik? Ne, ist ein Lager oder so, ne? Ne, ist ne Klinik. Die Hauptklinik. Die Hoffnungsklinik. Klinik der Hoffnung. Wenn ich mal eingewiesen werden sollte, dann will ich hier... Bah, Junge, voll die Leiche mit Ratten drauf. Lecker, Mann. Hier will ich mal zum Mittag essen. Junge, wie ich daneben schieße, alter. Hab ich überhaupt getroffen? Ne, ne? Das ist einfach so grottenschlecht, alter. Boah, fuck, ist das gruselig hier drin, alter. Aber dann nicht zu wissen, wo du bist, ist schon ziemlich abgefuckt. Mhm. Ich bin aber eigentlich gerade noch am Erkunden, um ehrlich zu sein. Ja, ich auch. Ich hab halt keinen blassen Dunst, wo du bist. Da bist du. Fuck, aber irgendwie... Krieg ich's nicht gepacken. Oh, okay. Get me some meat. Ich hab dich gehört, aber es hat sich der andere Automator unter Trepp bekommen, weil das ja... runtergeglotzt, umgedreht, tot. Ist doch schwul. Okay, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ah, krass, hier kann man raus. Wie cool ist das denn? Wie nice. Im Keller ist einfach ne Leichenkammer, da sind so Ratten und Fliegen. Ja, da spawn ich immer. Fuck, Alter, wie schnell warst du denn oben, Alter? Ich dachte gar nicht, dass du erst hochkommst. Wollt grad die Granate schmeißen. Hahaha. Alter, von wo kann man jetzt bitte die Granate, willst du mich verarschen? Tja, das finde ich aber auch nicht. Ich laufe mir hier gleich einen Ast ab. Ja, frag mich mal. Ja, frag mich mal. Ja, frag mich mal. Alter, was? Wie bitte? Ich bin hinter die Tür gegangen. Hast du nicht gesagt? Ich hab's gemerkt, aber ich hab dich doch vorher schon vor aufgetroffen. Ja, geht. Junge. Eigentlich fast gar nicht. Tschüss. Okay, krass. Aber erst war ich hinter der Tür. Nee, du warst bei mir noch nicht hinter der Tür. Ich komme aus der Hölle. Du Arsch. Krass. Das war immer ultra der Zufall. Ja, Junge. Jetzt hol ich dich grad schießen, du Arsch. Ja, ich wusste, dass du da wieder lang gehen willst. Unbedingt. Ich wusste, dass du da unbedingt lang gehen willst. Nice. Ich hab extra auf der anderen Seite gewartet. Alter, wie sch... Kannst du das so schnell? Willst du mich verarschen? Was denn? Mein Reaktionsvermögen ist einfach ultra schlecht, Junge. Ja, Counter-Strike-Veteran hier. Defitiv. Nein, Alter, ich hab doch grad abgedrückt. Willst du mich verarschen? Bei mir warst du noch im Sprung. Du bist irgendwie gesprungen. Ich bin gar nicht gesprungen. Doch. Nein, ich bin nicht gesprungen. Echt? Das sah so aus. Das allerwichtigste ist, dass du die Map gut kennst. Mal strip... Ich versuch. Ich versuch. Ich versuch. Ich versuch. Nein, ich versuch.